Einen schönen guten Tag liebe Zuschauer zum jetzigen Jeff Dealer Live Trading TV hier am Donnerstag dem 22. Dezember und wir wollen wie schon angedeutet im heutigen Devisenradar von Morgens 9.30 Uhr jetzt auf den Goldpreis und den Silberpreis nochmal schauen, die sich hier praktisch nicht erwartungsgemäß anhand der Fuzi Vektor Logik entwickelt haben, will man sagen, obgleich hier die Trigger auch ausblieben. Ich gebe hier nochmal zu bedenken, dass gerade im Stundenschart hier beim Goldpreis auf das Level hingewiesen wurde, dass wir erstmal den Pivot Point überschreiten müssen. Das ist sozusagen der Fingerabdruck des Vortages und wenn der Goldpreis eben darüber anzieht, dann stehen die Chancen ganz gut, dass es weiter rauf gehen kann. Zudem eben auch hier diese obere Trendlinie, dieses Abwärts-Trendkanals überwunden werden hätte müssen, sozusagen über 1.134 Dollar hätte es eben gehen sollen und ja, das blieb aus. Der Goldpreis hat hier stattdessen zu den News, die wir hier gesehen haben und die ersten Träger auf Arbeitslosenhilfe wie jeden Donnerstag 14.30 Uhr sind stärker angestiegen als erwartet. Bruttoinlandsprodukt hingegen auch wieder für Q3 sozusagen revidiert nochmal auf plus 3,5 statt 3,3, die erwartet wurden. Also die Daten insofern gemischt, je nachdem was man aus diesem Cocktail macht. Es gab ja dann auch noch Auftragseingang, langlebiger Güter etc. etc. Schlussendlich bleibt festzustellen, dass der Goldpreis einen Spin vollzog. Wir gehen mal hier in den 5-Minuten-Chart, da ist es noch besser zu sehen. Wir wollen hier nicht zu tief in die Zeittebnen reingehen, aber es gab letztlich, wie gesagt, wilde Action in Anführungszeichen hier 14.30 Uhr. Das heißt, wir haben hier erstmal einen Move nach oben gesehen, also sozusagen tatsächlich erstmal positive Stimmung. Dann drehte das Ganze nach unten ab hier im 5-Minuten-Chartintervall, sehen Sie es. Wir haben ein neues Tagestief gemacht hier bei 1.127,80 und jetzt kommt der Goldpreis wieder ein Stück weit hoch hier im 5-Minuten-Chart. Aber so richtig bullisch ist das natürlich längst nicht. Es sieht also so aus, als würden die Bären weiter ihre Klauen um die Edelmetalle legen und entgegen der saisonalen Grundzüge, die wir hier zum Jahresende eigentlich sehen dürften, bleibt das Bild bärisch. Und wir gehen dazu jetzt mal hier in den Tagesschart. Dieser Abwärtstrendkanal hier auf Tagesbasis ist sehr, sehr eng und beinahe schon fast viel zu schlangen für gewisse Bewegungen. Lässt aber hier weitere Verluste zu, solange wir eben insbesondere unterhalb dieser Trendlinie hier von Mitte November bleiben. Diese wäre signifikant oberhalb von 1.140 erst mal aufgelöst. Und insofern kann man davon ausgehen, dass wir dieses Unterstützungsniveau hier bei 1.105 Dollar etwa anlaufen dürften. Die nächsten Tage, insbesondere morgen natürlich, sind hier nochmal zu beobachten in Sachen dessen, was geht hier überhaupt volatilitätstechnisch. Also hat der Markt hier die Kraft, seine Ranges überhaupt auszudehnen. Der Goldpreis sagt das heute Morgen schon im Schnitt ja hier um die 10 Dollar unterwegs gewesen in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit. Das ist sehr, sehr wenig. Heute auch nur wieder 4,90 Dollar. Das heißt, die Volatilität, Sie sehen es ja auch anhand dieser Tageskerze, ist dermaßen gering, dass man hier wohl kaum jetzt noch mit ganz großen Bewegungen rechnen kann. Oder aber insbesondere zwischen den Feiertagen, wenn die Liquidität eben sozusagen erschöpft ist. Es darf nur kurz gesagt werden, dass der Freitag der bullischste Wochentag seit 52 Wochen und auch insbesondere seit 17 Jahren ist. Ja, insofern darf man hier auf den morgigen Tag hoffen, dass hier eine Bewegung nach oben erfolgt. Aber der Trend, die Bären haben den Goldpreis hier definitiv im Griff. Und wie gesagt, ein erstes, nächstes, weiteres Kursziel auf der Südseite ist 1.105 Dollar, wenn wir nicht über 1.141 rausziehen. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Level. Sprechen wir halt hier rund von 25 Dollar auf der Südseite als mögliche Chance. Und das Risiko hingegen hier oben relativ überschaubar. Bei 1.140 sehen Sie hier ein CAV von über 2 zu 1. Das sieht ganz gut aus. Das kann man durchaus mal so ins Kalkül ziehen. Schauen wir noch kurz auf Silber. Sieht es nicht besser aus? Auch hier hatten wir eine Abwärtsstruktur im Stundenschart. Lassen wir den Schart noch kurz reloaden. So, da haben wir es. Und ja, hier auch die grundsätzliche Idee, dass der Silberpreis ausbrechen kann über den Pivotpoint, über diese Abwärtstrendlinie. Das ist nicht geschehen. Auch hier haben wir Volatilität gesehen zur Stunde 14.30. Jetzt aber hier innerhalb dieses Musters durchaus weiter auf dem Weg gehen Süden unterwegs der Silberpreis. Das kann man nicht abstreiten. Und wenn wir auch hier auf den Tagesschart gehen und hier diese Bearflag, die wir übrigens sehr, sehr gut einfangen konnten. Da hatten wir auch, wie gesagt, hier den Live-Event damals oder in der letzten Woche mit Jens Klatt und meiner Wenigerkeit hier über mehrere Stunden, wo wir den Silberpreis schon hier im Vorfeld und dann eben zu diesem Live-Event schön analysieren konnten, als er eben hier am 15.12. nach unten ausbrach. Und ja, Sie sehen hier diese Projektion, diese klassische schadtechnische Projektion anhand einer Bearflag, die sich hier sozusagen darstellte. Und das heißt, das erste Ziel wurde ja abgearbeitet, 15.65 rein von der Projektion her, kann es aber bis 14.30 etwa gehen. 14.50, diese Zone hier. Und ja, das bedeutet enormen Druck auf den Silberpreis, sofern jetzt hier, wie gesagt, nicht der Rebound kommt. Eine Unterstützung ist hier auf jeden Fall ersichtlich, aber rein schadtechnisch lässt sich weiteres Abwärtspotenzial ableiten und wie beim Goldpreis ja auch ersichtlich im Prinzip genau das Gleiche. Die Edelmüllteile also weiter unter Druck. Silber wäre erst oberhalb von 17.50, halt, was sage ich, 17.30, 17.25 kann man sagen, wäre der Silberpreis wieder in einem Stück weit positiven Bias. Unterhalb dessen, dieses früheren Unterstützungs-Jetzt-Widerstandsbereichs, bleibt der Silberpreis definitiv anfällig und eben von hier unten kommt. Wenn er selbst sich hier nach oben entwickelt, wären das mögliche Short-Chancen, bricht er hingegen direkt nach unten weg, kann die Talfahrt ähnlich schnell wie hier im November direkt weitergehen. Es bleibt also spannend, meine lieben Zuschauer. So dann, nachher gibt es nochmal einen kurzen Blick auf eine seasonal interessant Aktie hier für die nächsten Tage. Die US-Indizes werden wir unter Umständen auch nochmal unter die Lupe nehmen, wenn sie denn dann hier in knapp 24 Minuten dann eröffnet haben. Lassen wir sie erstmal in den Tag starten. Wir haben ja 16 Uhr auch nochmal Wirtschaftsnachrichten zu erwarten. Mal sehen, wohin die Reise da geht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal einen guten Rest-Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher wieder, beziehungsweise spätestens morgen. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt noch einen guten Rest-Handel.